so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute wird geröpst was zur hölle heute gibt es die fischröpster von röder eine neuheit für dieses jahr gekauft natürlich auch bei röder logischerweise unter 10 euro kostet das gute stück und hat 150 gramm und wir haben hier fette fischfeuertöpfe und die sahen im video wirklich sehr sehr geil aus deswegen habe ich sie mitgenommen ja ich bin mal gespannt was die so an den tag legt jetzt beziehungsweise an die nacht läuft und ja dann würde ich sagen gehen wir jetzt sofort raus und zünden die fischröpster von röder so jetzt gibt es mal hier eine schöne batterie und ich habe keine ahnung wird jetzt mal die fischröpster ihr seht mal wieder nix wenn jetzt wirklich so krass kommt wie in den videos dann wird endlich an oh 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 also also Alter genauso geil wie im video wirklich und wir sind geflüchtet also krank Oh ja! Okay! Selektion!